Wenn die Sterne richtig stehen, dann lächelt das Universum auf uns herab. Dann gelingt uns vieles einfach viel besser. Drei Sternzeichen dürfen sich über eine gute Woche freuen. Wassermann Bei Paaren steht diese Woche Kuscheln und viel Zärtlichkeit auf dem Programm. Das vertieft die Gefühle. Singles treffen online und offline spannende Flirtpartner. Ihr habt Lust auf Flirten und verbringt eine tolle Zeit. Auf der Arbeit sprüht ihr vor guten Ideen. Widder Single Widder profitieren von der Venus und sind total anziehend. Das gefällt potenziellen Liebschaften. Bei liierten Widdern wartet eine Woche voller Gefühle und Harmonie. Ihr vertieft eure Liebe. Privat seid ihr gut gelaunt und beim Sport sehr belastbar. Löwe Venus und Mars schicken Singles jede Menge Sexappeal. Das unterstützt euch in eurem Dating-Leben enorm. Als liierte Löwen festigt ihr die Bindung zu eurem Partner oder eurer Partnerin. Auf der Arbeit verfolgt ihr eure beruflichen Ziele und beeindruckt andere damit.